Hallo Sengs und Cousinen, was geht ab? Hier ist euer Delman mit einer neuen Reaction zu Shirin David Feed Kitty Cat, Be A Ho, Break A Ho. Es geht wild, los. Shirin David und Kitty Cat. Kitty Cat ist die Shirin David des früheren Zeitalters. Die 30-jährigen Männer wissen, was ich meine. Yallah, let's go. Ohi, 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 ohi. Let's go. So, I'm going to the next one. The beat is hard. I'm not gonna lie, the beat is hard. Ich sag's euch auch, die letzten Beats von Shirin, also die Beatwahl ist brutal. Haus & Sauer, ich bin süß wie der kleine Vogel tweet. Ich muss ein bisschen lauter machen. So. Boah, ja, diese Desperate Housewives wie Effa Longoria, die hat doch da mitgespielt. Der Beat ist hart und flowtechnisch hat die sich so krass gesteigert. Man muss einfach, man muss ihr Respekt zollen. Also, ob man es feiert oder nicht, aber die weiß, wie es verkauft. Jawoll, sis, jawoll. Hey, Schwester, du legst los. Nice, Alter, ich feier das. Ration, mein Image klau. Frech im 808, aus Trägen, Hardbrace, weil ich mich von ihm distanzier, wie Kim von Kanye. Verhalten ist ein bisschen wie... Weil ich mich von ihm distanzier, wie Kim von Kanye. Geil, Alter. Die Beats habe ich schon immer gefeiert, bei ihr. Die Beats habe ich schon immer gefeiert. Auch der... Also, das neueste Album, ihre Flows sind krass. Also, auch wie die sich vom Rap-Skill. Die hat sich so deutlich gesteigert. Ich dachte, polare Insack, sie im Bett. Wieder hau. Breaker, hau. Sprechen wir eine Sprache, ja. Laufend durch die Straßen mit meinen neuen Kling. Kling. Und mit ziemlich nice. Mh, mh, mh. Und, äh, diese Passage gefällt mir jetzt zum Beispiel weniger. Mh, mach mir ein Film. Dieser, äh, äh, dieser, äh, girl, hi. Sag dein Pfeu, dass du bebes, lass mich dein Girl sein. Mh, mh. Laufend durch die Straßen. Ich freue mich schon auf KittyCat. Ich, weil, ich hab, ich hab die früher ein paar Songs von der gehört. Die war, die war brutal. Aber jetzt mal gucken, ich hab die lange nicht mehr gehört. Mh, 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 mach mir ein Film. Dieser, äh, äh, dieser, äh, girl, hi. Sag dein Pfeu, dass du bebes, lass mich dein Girl sein. Zuerst, sie ist ein bisschen rundlicher geworden. Ist, der Mensch verändert sich. Aber ich hätte sie jetzt nicht wiedererkannt, sag ich schon ehrlich. Die hatte die nicht früher blondierte Haare? Boah, ich hätte die nicht wiedererkannt. Lass mich dein Girl sein. KittyCat. Breit gebaut, braun gebrannt. Ich fick deine Hand mit Bank. 108. Die Stimme ist, äh, die Stimme erkennt man sofort wieder. Junge, aber ich hätte die nicht wiedererkannt, sag ich euch ehrlich. Scheiße, Alter. All diese Bitches Mad. Ja, aber die, man muss eher Respekt zollen. Das war einer, glaub ich, der ersten, äh, Frauen im Deutsch-Rap-Business, Alter. Und die hat gut aufgemischt, ja. Die hat echt gut aufgemischt. Barbie, wir sind keine Hallabäcker, so wie Gwen's Fünft-Könister ist. Ich sag nur, halt die Fresse, Pussyboy und Strip für mich. Ha, ha. Wie ein Könister, Alter. Wie kommt man auf so eine Scheiße? Ich sag, tschüss, Alter. Hier ist Lars. Äh, ich glaub, der schreibt, äh, für Shirin Texte. Und wir wissen alle, dass Lars sehr ein guter Lyriker ist. Ich würde lieb, wenn ich gesagt hätte, ich würde nicht smash. Aber ich würde smash. Also, der Beat ist hart. Der Beat ist hart. Und die kommen super auf den Beat. Hat diese Stimmfarbe von Shirin, hat mir eher weniger gefallen. Aber im Part war es stark. Also auf jeden Fall, check den Song auf jeden Fall. Wenn euch meine Reaction gefallen hat, wird es mich selber like und abo freuen. Euer Delmann.